Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne zeigen, wie ihr mit Kunst Geld verdienen könnt. Und nein, keine Sorge, ihr müsst kein Künstler sein, um mit dieser Methode Geld verdienen zu können. Ihr müsst vielleicht ein T-Shirt-Business haben oder Icons publizieren, dann könnt ihr mit dieser Methode Geld verdienen. Mehr dazu gibt es aber gleich nach dem Intro. In diesem Video würde ich gerne mit euch über die Plattform Fine Art America sprechen. Fine Art America, und ich denke, ihr könnt es euch schon sicherlich denken, ist eine Plattform, auf der ihr Kunst kaufen könnt. Die meisten Nutzer von Fine Art America sitzen in natürlich den Vereinigten Staaten. Bloß, was die wenigsten Leute nicht wissen, ist, dass Fine Art America auch eine Plattform ist, auf der ihr beispielsweise eure T-Shirt-Designs publizieren könnt, wo ihr eure Stockfotos publizieren könnt und wo ihr auch eure Icons publizieren könnt. Also wenn ihr beispielsweise Icons habt, wenn ihr beispielsweise T-Shirts habt, wenn ihr beispielsweise Stockfotos habt, dann könnt ihr hier definitiv Geld verdienen. Wie genau könnte das Ganze funktionieren? Also, wenn wir hier oben mal auf die linke obere Seite gehen, dann sehen wir, dass man auf Fine Art America nicht nur praktisch Kunst anbieten kann, sondern das Ganze wird unterteilt in die Begriffe Wall Art, Home Décor, Lifestyle, Tech, Stationary, Apparel und Collections. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise hier mal auf Wall Art gehe und ich gehe zum Beispiel auf, sagen wir mal, Framed Prints oder sowas, dann können wir hier sehen, dass das alle möglichen Fotos sind. Zum Beispiel haben wir hier ein Foto vom Empire State Building, dann hier anscheinend von unten einem Panda, hier beispielsweise von einer Brücke und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr beispielsweise ein schönes Stockportfolio habt und ihr habt möglicherweise auch schöne Fotos von einer Blumen oder ihr habt schöne Fotos von beispielsweise irgendeinem besonderen Gebäude, dann könnt ihr hier diese Fotos hochladen und könnt diese von Fine Art America auf diese Rahmen praktisch draufdrucken lassen. Die verkaufen sie dann für euch und ihr erhaltet für jeden einzelnen Druck beziehungsweise für jeden einzelnen Kauf eine kleine Provision. Das heißt, das Ganze ist relativ ähnlich zu auch einer Stockplattform oder relativ ähnlich zu einer ganz normalen T-Shirt-Marktplatz-Plattform. Es handelt sich einfach hier nur um einen Marktplatz, wo ihr unterschiedlichste Dinge anbieten könnt. Die übernehmen dann für euch den eigentlichen Druck beziehungsweise zum Beispiel halt das Erstellen von diesem Rahmen beziehungsweise das Erstellen von diesem Bild, die stellen für euch die Rechnung und so weiter und so fort und ihr kriegt dann am Ende des Monats nur noch eine einzige Auszahlung. Das heißt, ihr müsst euch nicht darum kümmern, dass die Produkte wirklich beim Kunden landen, sondern könnt einfach hier beruhigt die Designs hochladen, zum Beispiel eure Stockfotos oder andere Dinge. Also das ist schon mal auf jeden Fall ein Nisch. Ihr könnt hier eure Fotos hochladen und könnt dann damit Geld verdienen. Es gibt hier übrigens nicht nur in der Nische Wall-Art den Bereich Frame-Prints, sondern auch Canvas-Prints, Art-Prints, Posters und so weiter und so fort und zum Beispiel auch welche Dinge, die ich wirklich interessant finde, zum Beispiel Metal-Prints, wo dann wirklich euer Design auf Metalle drauf gedruckt wird, die, soweit ich weiß, dann magnetisch sind und die an solchen kleinen, ja, Magneten an der Wand dann angehangen werden können. Das heißt, die Leute machen irgendwie Magnete an die Wand und natürlich hängt man dann praktisch das Metall dort drauf und es hängt dann dort fest. Das ist relativ ähnlich wie auf der Plattform Displate. Ich denke, einige von euch hatten schon mal mein Video zur Plattform Displate auch gesehen. Dann haben wir hier zum Beispiel auch Woodprints, Paintings, Photographs und so weiter und so fort und hier kommen wir nochmal in den wirklich interessanten Bereich rein. Ihr könnt also hier auch wirklich einfach nur straight eure Fotos verkaufen, nichts anderes. Das heißt, das sind dann wirklich nur praktisch Fotos, die verkauft werden und nicht unbedingt wird das Ganze auf irgendwelche Rahmen oder dergleichen draufgespannt. Das heißt, wenn ihr irgendwelche interessanten Fotos habt, könnt ihr die hier jederzeit hochladen und damit dann, wie gesagt, Geld verdienen. Wenn ihr hier auch übrigens dann nochmal auf Digital Art oder dergleichen geht, könnt ihr hier auch eure digital erstellte Kunst verkaufen. Wenn ihr zum Beispiel sehr gut im Bereich Illustration seid oder möglicherweise sehr gut im Bereich Photoshop, dann könnt ihr hier sicherlich auch eure Designs anbieten oder zum Beispiel könnt ihr euch halt dann auch irgendwelche Poster ausdenken oder ihr könnt aus euren T-Shirt-Designs Sachen zusammentun und daraus vielleicht ein kleines Poster-Design. So was kann man hier sicherlich auch nochmal publizieren. Und sonst natürlich kannst du auch hier zum Beispiel Illustrations verkaufen, Mixed Media und so weiter und so fort. Das heißt, da haben wir schon mal einige Möglichkeiten. Fine Art America bietet aber noch weitere Lösungen, nämlich wir können auch hier Apparel anbieten und wenn ich jetzt da drauf gehe, haben wir hier die Option T-Shirts. Machen wir das einfach mal, klicken wir hier auf T-Shirts und da seht ihr bereits, dass hier schon einige Designs hochgeladen wurden. Das heißt, dass schon viele Leute hier definitiv am Machen sind und hier ihre Designs hochladen, aber gerade im deutschsprachigen Bereich sehe ich eigentlich kaum einen, der tatsächlich über Fine Art America spricht, obwohl Fine Art America eigentlich eine relativ profitable Plattform ist. Ich kenne viele Leute und mich eingeschlossen, die übrigens über Fine Art America publizieren. Ihr könnt das übrigens machen mit dem Tool Flying Upload. Ich bin nicht von denen gesponsert, ich finde einfach nur deren Tool super und wenn ihr da auf Print on Demand geht, dann werdet ihr sehen, dass ihr über die Plattform Flying Upload auch jederzeit auf Fine Art America publizieren könnt. Hier haben wir es. Das heißt, da könnt ihr übrigens auch nicht nur auf Fine Art America publizieren, sondern auch auf Displayed und zur selben Zeit könnt ihr natürlich auch über Merch bei Amazon publizieren und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr schon ein T-Shirt Business habt und ihr publiziert sowieso schon auf Merch bei Amazon, dann wieso nicht auch noch auf Fine Art America publizieren. Also im Bereich T-Shirts geht da auf jeden Fall schon so einiges. Es werden viele Designs derzeit hochgeladen. Ich glaube, dass das einer von den Major Playern in der Zukunft sein könnte. Auch jetzt sind sie schon relativ groß im Bereich T-Shirt beziehungsweise im Bereich Kunst und ich denke, das wird sich auch in der Zukunft genauso weiter verhalten. Also ihr könnt hier gerne hier auch mal ein bisschen genauer reinschauen und könnt mal unter Apparel gehen und auch schauen, welche weiteren Merch-Produkte die anbieten. Zum Beispiel hat Long Sleeve T-Shirts, auch zum Beispiel Hoodies werden hier angeboten. Auch alle für den Preis ungefähr um die 36, 39 Euro oder so. Und sie bieten halt nicht nur das an, sondern auch beispielsweise Women's T-Shirts, Women's Tank Tops, Kids' T-Shirt, Baby Onesies, Face Masks und so weiter und so fort. Also gerade zum Beispiel diese ganze Face Mask Nische finde ich natürlich sehr, sehr interessant. Hier könnt ihr also da auch definitiv noch so einiges machen. Also verwendet eure digitalen Assets, eure digitalen Produkte wieder, dass ihr so praktisch sagt, okay, wenn ich schon ein Stockportfolio habe, dann wieso nicht das auch noch mal als Kunst hier hochladen. Wenn nicht oder wenn ihr schon bereits Icons habt, dann die hier auch noch mal als digitale Kunst hochladen oder beispielsweise die verwenden, um daraus ein Poster irgendwie zu erstellen mit vielleicht noch ein bisschen mehr Designs dazu. Oder wenn ihr halt T-Shirt-Designs habt, die nicht nur über Merch bei Amazon, Spreadshirt und so weiter und so fort publizieren, sondern auch über Fine Art America. Also das ist immer das A und O, dass ihr wirklich eure Produkte wiederverwendet und damit, wie gesagt, dann Einnahmen erzielt. Wenn ihr über die Plattform verkaufen möchtet, klickt einfach hier oben auf Sell und sobald ihr es getan habt, steht jetzt hier folgendes, nämlich Sell Art Online, verkaufe eine Kunst online, seid praktisch dabei bei einer der größten und am schnellsten wachsenden Art und Photography Communities in der Welt und da könnt ihr hier, wenn ihr auf Artist und Photographers geht euch jederzeit anbieten und könnt dann hier eure Dienstleistungen an, könnt ihr eure Produkte anbieten. Also, ich würde es euch, wie gesagt, einfach empfehlen, schaut mal da vorbei, guckt es euch an, ladet eure Produkte hoch und wenn ihr sie schon, wie gesagt, auf anderen Plattformen habt, dann wieso nicht hier. Und wenn es nur 50 Euro oder 100 Euro oder wie viel extra im Monat ist, gerade wenn ihr es automatisiert hochladet, mit zum Beispiel Flying, Upload oder ähnlichen Tools, dann habt ihr eigentlich nicht noch mehr Arbeit und könnt nicht damit nochmal ein weiteres, schönes, passives Einkommen aufbauen. Gut, das war es aber nun heute hier für dieses Tutorial. Wenn ihr euch mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein, dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem oder anderen Videos wiedersehen können. Übrigens, bevor ich es vergesse, ich suche natürlich immer noch nach weiteren Werbepartnern für meinen YouTube-Kanal. Das heißt, falls du beispielsweise einen eigenen YouTube-Kanal aufbauen möchtest und du möchtest diesen auf meinem Kanal promoten, können wir das, wie gesagt, jederzeit in Form von Shoutouts am Anfang von meinen Videos tun. Das heißt, ich gebe dir praktisch einen Shoutout. Ich sage den Leuten, geht in die Videobeschreibung, abonniert den Kanal und ich habe das jetzt mit relativ vielen Leuten schon gemacht. Dadurch haben wir viele Kanäle auch monetarisiert bekommen. Ich denke, einige von euch kennen sicherlich auch die Kanäle, die wir bereits monetarisiert haben beziehungsweise die halt hier durch diesen Kanal monetarisiert wurden. Wenn ihr Produkte habt und die gerne zum Beispiel in meinen Videos promoten möchtet, können wir da, wie gesagt, auch jederzeit gerne einen Shoutout machen. Wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu meinem Werbeprogramm. Genau, die Preise fangen schon an bei 35 Euro. Das heißt, ich nehme keine horrenden Summen für irgendwelche Shoutouts. Dafür kriegt ihr, wie gesagt, beispielsweise halt Traffic durch meine Videos, vielleicht möglicherweise Abonnenten, möglicherweise Sales für eure Produkte und ich denke, wie gesagt, das ist ein ziemlich guter Deal. Schaut da, wie gesagt, mal rein. Wir können uns beispielsweise auch mehrere Shoutouts buchen. Da kann ich ein bisschen mit dem Preis runtergehen und wie gesagt, da bin ich ganz offen für. Schreibt mir einfach eine E-Mail und guckt euch, wie gesagt, den Link in der Videobeschreibung an. Da stehen nochmal ein paar weitere Infos zu diesem Thema. Danke nochmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.